Hallo, ich bin Lucy, ich bin 15 Jahre alt und ich gehe in die Säcke vor Gese. Und hier bin ich Präsidentin von unserem Schülerrat. Was ist der Schülerrat genau? Der Schülerrat besteht aus ca. 14 Leuten von den Schulen aus verschiedenen Altersstufen und wir diskutieren alle Themen, die uns beschäftigen. Ein sehr wichtiges Thema war natürlich der Klimastreik. Die Schulleitung und die Tagesstrukturleitung sind auch immer dabei an den Sitzungen. Und mit ihnen haben wir zusammen diskutiert, wie wir dort vorgehen wollen und wie wir das mit der Absenzen regeln. Das hat natürlich viel mit Mitbestimmung zu tun, weil es kann jeder etwas sagen, jeder kann sein Senf dazu abgeben und jede Meinung wird angelöst und dann kann man zusammen eine Lösung finden, die für alle gut ist und so kann jeder Mittel stimmen. Der Schülerrat hilft dabei, dass sich alle Schüler wohlfühlen und ihre Wünsche und Anliegen zum Schulleiten kommen und sie sich somit besser zurechtfinden können in unserer Schule. Also mir gefällt natürlich viel, weil es gibt immer Essen dort. Aber es ist mega cool und man weiss, die Meinung wird geschätzt und das finde ich sehr schön. Dank dem Schülerrat hat sich vielleicht für eine einzelne Person nicht so viel geändert, aber ich finde das Schulwesen ist halt für mich persönlich besser, weil ich weiss, wenn mich etwas stört, kann ich direkt etwas sagen. Das macht mich sehr 재밌�만, das macht mich sehr gut für euch. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020